Meine Damen und Herren, Werner Schäfer bittet um Vorstellung der nächsten Kämpfer. In der Gewichtsklasse 75 Kilogramm der Union stehen sich gegenüber Rotec Assumit Balaev gegen Hedi Naseev aus Nullheim. Diesmal aus Kemp, Agri Masken fix und fertig. Der Anführer hat mich geschickt und dann gefragt, ob Sie den Kampf so schnell wie möglich von mir reinsteigen können. Dienstag etwa. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Ringfrei Runde 1. Vielen Dank. Ruhiger. 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 Weitere. Arbeiten. Arbeiten! Arbeiten! Assoumat Badaev, der Kipp an der Roten Ecke von Esri Scheele, bestreitet heute seinen zweiten Kampf. Betreut wird er von Mohamed Jakubi. Ich möchte noch nachreichen, dass dieser Kampf über 3 x 2 geht. Ringfrei, Runde 2. Rund! 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 Ein Tor! Wir hoffen! Wir springen! Ja. 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 Richtig! 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 In die Nase, der Junge aus Kempten bestreitet heute seinen siebten Kampf. Betreutbilder von Abi Goetari. Ring 2 und 3. Richtig! 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 jumped не кид! Пформ. Ушел уб. Halt! Haube, Haube und Haube! Die Haube Wie nach vorne? Jetzt schlag doch! Meine Damen und Herren, kommen wir zur Urteilsverkündigung. Einstimmiger Punktsieger wurde Hedy Nasev aus der blauen Ecke aus Kempel. Das war's!